Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Bundestages, wenn wir uns jetzt mit dem Thema abschließend über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaushalt 2016 befassen, freue ich mich, dass ich zum Bundeshaushalt 2016 offensichtlich der letzte Redner bin. Nach mir wird der festgestellt. Das ist ganz wichtig, dass man das jetzt in eine gute Bahn bringt. Eigentlich ein gewöhnliches Thema. Wir sparen bei den Zinsausgaben 3,5 Milliarden Euro und bringen diese 3,5 Milliarden Euro, die wir dort weniger ausgeben, in die Förderung der kommunalen Investitionen. Wird von allen begrüßt, können wir fast abhaken. Aber das Thema ist doch nicht ganz so gewöhnlich, eher ungewöhnlich, weil wir den Haushaltsabschluss 2016 sehen mit den Überschüssen. Das ist angesprochen worden. Das ist nicht wenig. 6,2 Milliarden Euro. Super. Ein tolles, ein erfreuliches, ein ungewöhnliches Ergebnis. Eigentlich müssten man hier mehr jubeln. Aber die Freude ist Ihnen nicht ins Gesicht geschrieben gewesen, Herr Klaus und anderen auch nicht. Ich möchte mich ausdrücklich und mit großem Respekt, lieber Herr Staatssekretär, an den Bundesminister Schäuble wenden, der in einer geradezu grandiosen Art und Weise auch das Geld bei uns zusammenhält. Bitte richten Sie ihm das aus. Das ist ein ganz großer Akt in den letzten beiden Jahren gewesen. Ich bedanke mich persönlich und auch im Namen meiner Fraktion für diese hervorragende Arbeit. Meine Damen und Herren, die heutige Situation, die ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschlands geradezu einmalig. Die Süddeutsche Zeitung schreibt darüber heute, dass wir jetzt 19 Milliarden Euro sozusagen in die Rücklage einbringen und dass die nächste Bundesregierung darüber befinden kann. Wenn ich Sie so höre, lieber Herr Klaus, dann muss ich sagen, ich bete fast jeden Tag darum, dass Sie niemals in die Gelegenheit kommen, über dieses Geld zu verfügen und dass Sie nicht an die Gelegenheit haben, Zugriff auf diese Rücklagen zu nehmen, die wir geschaffen haben. Meine Damen und Herren, wir hatten schon einmal eine Situation in den 50er-Jahren. Fritz Schäffer hieß damals der Bundesfinanzminister von der CSU kommend, der in den Jahren 1953 bis 1957 Rücklagen geschaffen hat, aber wegen des Aufbaus der Bundeswehr damals. Es waren 8 Milliarden D-Mark, nach heutigem Geld 19 Milliarden Euro. Genauso viel, wie wir jetzt in die Rücklagen im letzten Jahr und heuer eingestellt haben. Der Juliusturm ist manchen noch bekannt, aber wir sind weit davon entfernt. Aber wir sind auf gutem Wege zu einer konsolidierten, zu einer soliden Haushaltswirtschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe Schäuble angesprochen. Wir wären nicht in der glücklichen Situation, lieber Herr Schulz, wenn wir in den Haushaltsberatungen nicht diesen ausgabewütigen Plänen der Grünen und der Linken nachgegeben hätten. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, Herr Lindner, 17 Milliarden Euro mehr Ausgaben, nach Ihnen, wenn es gegangen wäre, 53 Milliarden Euro zusätzliche Ausgaben, alles nicht gedeckt und alles unsolide. Die Haushalte sind bei uns in den besten Händen. Und so meine ich, sollten wir das auch halten. Schulz und Schulz, Doppelschulz, glaube ich, sollten wir nicht unbedingt auf unsere Fahnen schreiben. Meine Damen und Herren, so wie die Situation heute ist, war sie natürlich nicht immer. 2009, als Schäuble das Finanzministerium übernommen hat, hatte gerade Ihr Finanzminister der Steinbrück einen Haushalt vorgelegt mit 86 Milliarden Euro neuen Schulden für das Jahr 2010. Schäuble hat das nicht aufnehmen müssen. Er hat die nächsten Jahre konsolidiert und hat den Haushalt saniert. Bis zum Jahr 2014 null Euro neue Schulden, 2015 null Euro neue Schulden, 2016 null Euro neue Schulden und 2017 auch nicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese Leistung werden wir natürlich zur gegebenen Zeit schon unter die Leute bringen können. Das ist mir durchaus bewusst, dass wir für die Solidität und für die Stabilität unserer Finanz- und Haushaltspolitik stehen. Und dafür haben wir, glaube ich, eine hervorragende Arbeit gemacht. Meine Damen und Herren, wir haben in diesen Jahren unserer jungen Generation, den Kindern und Enkeln, keine neuen Hypotheken aufgelastet. Wir haben sie nicht mit Belastungen für die nächsten Jahre ausgestattet. Wir führen fast eine Luxusdebatte. Der Ausdruck ist vorhin ja gefallen. Und wir meinen, dass wir mit dem Geld, das wir in den letzten 43 Jahren, nachdem Franz Josef Strauß 1969 als letztes Mal einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen konnte, dass wir seit 1970 bis einschließlich 2013 jedes Jahr neue Schulden gemacht haben und aufgetürmt haben, dass es auch an der Reihe ist, dem Volk zu zeigen, dass man mit den Schulden auch anders umgehen kann, als bloß aufzubauen, sondern auch ein Signal setzen kann, dass man Schulden auch abbauen kann. Wann, wenn denn nicht jetzt, wo wir Überschüsse in den Haushalten haben, sollten wir den Schulden abbauen? Jetzt ist die Zeit da. Und leider ist das mit Ihnen, Herr Schulz, und der SPD-Fraktion nicht möglich gewesen. Das ist kein Ruhmesblatt für die deutschen Sozialdemokraten und für ihre Finanz- und Haushaltswirtschaft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir könnten sagen, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist wohl durchaus richtig bei der großen Bundesschuld. Aber es muss ein Signal geben. Es muss eine Richtung aufgezeigt werden, dass wir dann auch Schulden abbauen wollen und dazu in der Lage sind, wenn wir da ausgestattet sind. Ich möchte nicht Kassandra-Rufe ausstoßen, aber es ist in der Tat so, Frau Vizepräsidentin, Frau Präsidentin, dass wir in den nächsten Jahren auch mit höheren Zinsbelastungen rechnen müssen. Dann wird das ganz, ganz schwierig sein. Ich meine, wir werden unserer Tugend der Sparsamkeit auch weiter in Rechnung tragen. Wir stimmen dem Antrag zu, in Rücklagen zu gehen. Wir stimmen auch dem Antrag zu, die Kommunen mit dem Fonds weiterhin mit 3,5 Milliarden Euro auszustatten. Wir wünschen den Kommunen mit diesem Geld alles Gute, dass sie auch wirklich in die Bildung investieren. Und ich bin sicher, dass wir in der nächsten Legislaturperiode hoffentlich dann auch mit Wolfgang Schäuble mit diesem Geld vernünftig umgehen können. Vielen herzlichen Dank.